So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich habe so Kopfschmerzen wegen Niantic, wegen Pokémon Go. Ich möchte euch heute mal einen kleinen Einblick geben, wie sehr man sich im Wege stehen kann und gleichzeitig auch die Halloween Teil 2 Ausbeute abholen. Ich habe das ja gestern in einem Video gezeigt. Ich hatte vom Ex 27 Excavator, hier, da steht der Name nochmal, 27 Excavator hat mir zwei Halloween Tickets geschenkt. Das eine habe ich gestern abgeholt, komplett. Bei dem anderen musste man erst einen Pfad wählen, ist dann auf die zweite Seite gekommen. Die ist jetzt aber auch fertig. So, das habe ich gestern, glaube ich, auch. Das ist wieder jetzt Vorbereitung, jetzt muss ich wieder gucken bei Mein, hier drücken, das ist falsch, du musst bis hier runter, gehen das hier zurück, genau. Die Aufgaben gestern waren, fange 25 Pokémon, schick 25 Geschenke an Freunde, fange 40 Geister oder Unlicht-Pokémon, gib deinem Kumpel 10x1 Snack, verdient 10.800 EP. Und das andere weiß ich gerade nicht, weil das war irgendwie schon fertig, als ich die ersten, also die anderen Aufgaben abgeholt habe, ist das da irgendwie mit fertig geworden. Das möchte ich hier heute jetzt noch live mit euch abholen, weil wenn er schon Geld investiert und mir dieses Ticket schenkt, dann möchte ich auch ein Video darüber machen, wie ich das live abhole. Gestern waren 100er Nebulak mit dabei aus der Forschung, das war cool, da war Mopeco dabei. Apropos Mopeco, ich habe direkt einen Glückstausch mit Max Uncharted gehabt, der hat nämlich Mopeco gesucht. Ich habe gesagt, warte, ich hole meins ab, dann können wir Glückstausch machen und jetzt habe ich hier aus dem Glückstausch dieses Mopeco bekommen mit 3 Sternen, 14, 13, 15. Weil das von Max Uncharted ist, wollte ich es auch Max Peco nennen, also M und dann hat er ja hier eine 4. Und dann machen wir hier halt noch ein großes Zack und dann, so, und jetzt ist es das Max Peco, weil das von Max Uncharted ist und die 4 ist halt wie bei seinem Namen, passt. Ist da noch ein zweites Mopeco dann drin, weiß ich nicht. Jetzt aber kurz mal zum Thema Kopfschmerzen. Es ist immer stressig, ich will immer perfekt sein, ich will immer alles organisiert haben, ich will immer alles durchdacht haben, aber es nimmt schon lange überhand. Der C-Day war angekündigt mit Mankey. Ich habe ein Video aufgenommen, ich ziehe das jetzt schon ein, zwei Wochen mit mir rum. Ich kann es nicht raushauen, weil immerzu was anderes ist und ich dachte mir, das ist ja nur einen Monat hin mit dem Mankey C-Day. Okay, heb es halt auf und mach es dann, wenn gerade mal Zeit ist, passt immer noch. Du musst ja nicht der Erste sein, immer wenn was angekündigt wird, der das macht. Die, die von dir informiert werden wollen, die gucken trotzdem ja deine Infos, um auch deine Meinung, deinen Senf dazu zu haben. Und okay, jetzt habe ich mir vorhin eine Liste gemacht und gedacht, ah, ich blicke nicht mehr durch. Ich habe noch ein Dynamax Update Video vorbereitet. Ich habe Meisterball, meinen dritten Meisterball Video vorbereitet. Ich muss noch ein Nikrotzmal Video machen, weil ich jetzt endlich mein Ziel erreicht habe und was da alles mit reingespielt hin und her. Das sind aber Dinge, die seht ihr hier, die stehen unten, weil die sind nicht wichtig. Dienstag, ich habe ein Gewinnspiel, was ich Dienstag rausbringen will, schiebe ich auch schon drei Wochen rum, weil immerzu Dienstag auch irgendwas anderes ist. Das C-Day Video, seht ihr ja hier, steht hier mit dabei, schiebe ich rum, weil ich habe keinen Platz, das rauszuhauen und fange nicht an wieder mit, mach halt drei Videos an einem Tag. Nein, ich möchte wirklich 15 Uhr Pokémon und 20 Uhr eine Premiere, beziehungsweise Montag, dann normal, mein Stream. Jetzt habe ich mir überlegt, heute ist Freitag, morgen ist Samstag, morgen sind die Giga Dynamax Raids. Ich hätte gerne am Samstag gehabt, dass ich eine Giga Dynamax Raid um 11 mache und 15 Uhr das Video direkt hochladen. Sonntag einen mache, beziehungsweise zwei mache, dann aber Sonntag und Montag diese zwei Videos vom Sonntag hochladen. Dann habe ich für drei Giga Dynamax Raids drei Videos am Samstag, Sonntag, Montag. Das passt, aber nein, passt auch irgendwie nicht. Am Montag kommt nämlich Darkrai in die Raids und ich mache zum Raid Boss Wechsel immer direkt ein Video vom neuen Raid Boss. Also dann müsste ich Darkrai am Montag machen, müsste den zweiten Giga Dynamax aber auf Dienstag legen, dann gehört er ja nicht mehr zu dem Dreierpack Samstag, Sonntag, Dienstag. Also schiebst du Darkrai auf Dienstag oder du packst am Sonntag einfach beide rein in ein Video, aber ich werde wahrscheinlich erst ab 15 Uhr zum Raiden kommen, da schaffe ich es nicht bis 15 Uhr das Video zu haben. Also mach halt Darkrai am Montag und mach am Dienstag, na es passt auch wieder nicht. Also mach halt am Samstag ein Video, was du Sonntag hochlädst mit dem einen Giga Dynamax. Mach am Sonntag ein Video, wo du beide Reihen haust, die du am Montag zeigst und mach am Montag ein Video, wo du Darkrai machst, was du am Dienstag hochlädst. Dann hast du wieder kein Gewinnspiel, dann machst du aber Raid am Mittwoch, am Mittwoch. Aber was fehlt da denn überhaupt? Ja, das Erntefest ist jetzt auch angekündigt seit gestern. Das schiebt sich hinter das alles, muss aber vor dem C-Day kommen und vor dem Erntefest muss aber auch der Novemberkalender kommen, der auch schon seit gestern bekannt ist, den ich eigentlich heute normalerweise direkt gemacht hätte. Aber wir haben gerade mal den 25.10., das hat noch ein bisschen Zeit und weil ich gestern Halloween Teil 1 gemacht habe, möchte ich heute erst Halloween Teil 2 machen. Also mach ich Halloween Teil 2 jetzt, den Kalender, morgen, am Samstag. Und am Samstag mache ich einen Raid, den ihr am Sonntag seht und am Sonntag mache ich einen Raid, den ihr am Montag seht und am Montag mache ich einen Raid, den ihr am Dienstag seht. Und dann ist Mittwoch, Raid am Mittwoch und dann gibt es am Donnerstag das Erntefest und vielleicht am Freitag das C-Day-Video und dann habe ich irgendwann mal Zeit für mein Negrotzma-Video, Meisterball-Video, Dynamax-Video. Aber es wird niemals so sein, weil dazwischen werden wieder neue Events und News angekündigt oder irgendwas anderes trifft auf. Aber wie kompliziert das jedes Mal ist hinter den Kulissen und das kriegt keiner mit, da sieht keiner, wieso ich dann immer so komisch bin. Das ist der Grund, wieso ich komisch bin. Und das ist der Sören, den habe ich heute vorher schon mal angemacht, in den letzten Videos habt ihr ja gesehen. Das ist der Sören. Zack, das ist der Halloween-Maskottchen, der macht mir gute Laune, deswegen muss der hier rein. Ach und was ich jetzt noch vergessen habe, was ich nochmal zeigen wollte, was ich ja gesagt habe, dass ich das in den nächsten Videos jetzt immer zeige. Der Döner-Montag ist ja auch angekündigt, wer das nicht mitgekriegt hat, gestern, ab dem 11. November gibt es jeden Montag 18 bis 19 Uhr Super-Döner-Angebote. Also Dynamax-Raids am 11. mit Glumanda, am 18. mit Rotomurf, am 25. mit Bisasam, am 2. Dezember mit Shiki. Dies sind in der Döner-Stunde im Sonder-Döner-Super-Spa-Plus-Angebot. Das heißt, ihr könnt also am Montag eine Dynar-Raid-Stunde machen sozusagen, wo die halt vermehrt da sind. Ihr könnt euch darauf konzentrieren, dass dieses Pokémon da, da ist und Rotomurf ist ja dann eh neu und überhaupt. Aber jetzt kommen wir zum Excavator seiner Ausbeute und da haben wir hier oben, ich habe ja den Kohldampf-Musterpfad gewählt und gucke jetzt hier rein, was hier drin ist. Wir haben hier ein Froxy, das ist schön. Wir werden das nachher alles bewerten in Ruhe. Wir haben hier ein wildes Grübuk. Da oben, Thea hat gerade Geschenk geschickt oder Geschenk geöffnet. Ich bin mit Thea Glücksfreund. Es wäre schöner, wenn Thea sich einfach melden würde und wir tauschen könnten. Habe ich auch schon auf Campfire angeschrieben, sagt ja der Drago Knight immer. Riesiges Bauts. Schreibt die Leute einfach bei Campfire an, mache ich, aber die schreiben trotzdem nicht zurück. Aber obwohl wir Glücksfreunde sind, schicken sie jeden Tag Geschenke und öffnen Geschenke und schicken Geschenke und öffnen Geschenke. Und meldet euch, lasst uns tauschen. 793 ein Morpeco und das ist schön. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur eins mit Glückshintergrund. Ich habe jetzt auch wieder normales. Ist 793 gut, ich weiß nicht. Also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dass hier nochmal ein Morpeco drin ist und auch nochmal ein Grübuk. Und dann muss ich mir auch gleich noch den Einteiler anziehen, damit ich schön gerüstet bin, weil den kriegst du ja nur in dieser Forschung. Extra den Bösen. Da sehe ich dann auch noch einen Morpeco. 818, das ist auf jeden Fall besser, als das eben Gefangene. Wie gut es aber überhaupt ist, sehe ich mal gleich. Ich gehe mal hier, wo war ich denn? Wir müssen mit Froxy, hat es angefangen. Wir bewerten jetzt kurz noch die Encounter aus der Ausbeute. Froxy, drei Sterne, recht gut, brauche ich aber nicht. Grübuk, schlecht. Dann haben wir hier Zobiris, naja. Bauts, riesig, naja. Morpeco, richtig schlecht. Also kein Wunder, wenn er sagt, unter 800 hat, naja, dann ist 800, 18 bestimmt auch nicht so. Nochmal Grübuk hier mit drei Sternen. Und das ist ein, da fehlen vier, also es ist 8, 6, 3, 91. Ein 91er und es ist das kleinste. Jetzt habe ich also noch zwei Morpeco übrig. Eins habe ich als Lucky, das ist richtig cool. Da ist die Arena weiß, warum auch immer. Und ich muss mich noch umkleiden. Wir haben zwar hier, das kann ich ja für den Winter dann wieder anziehen. Ich brauche jetzt aber, wo finde ich das, wo finde ich das? Neu, aktuell, ist was aktuell? Aktuell ist das mein Morpeco Einteiler Kohldampfmuster, genau. Den möchte ich haben. Den ziehe ich auf. Guckt mal, wie schön das jetzt aussieht. Oh, die bösen Augen oben drauf. Das Gesicht, die Zähne. Das ist wirklich genial. Danke 27 Excavator dafür. Da trinkt jetzt hier trotzdem seinen heißen Kakao. Neu, das ist schön. Da ist noch das Lucario, mit dem sammle ich gerade Bonbons. Weiterhin Nix L. Immer mal ein paar Pushs, damit ich den irgendwann auf 50 machen kann. Denn das ist auch ein Hunderter aus dem Trade heraus. Das war mein kopfzerbrechendes Halloween Teil 2 Ausbeute-Video von den Forschungen, die jetzt alle durch sind. Und mal gucken, ob das funktioniert mit dem Plan. Jetzt habe ich hier Vegas Movie Studio aufgemacht. Das wollte ich gar nicht. Jetzt muss ich es wieder zumachen. Nein. Klos. Nochmal weg. Funktioniert das so? Samstag, November-Kalender. Sonntag, Giga-Dynamax. Montag, Giga-Dynamax 2. Dienstag, Darkrai. Mittwoch, Raider Mittwoch. Donnerstag, Erntefest. Und Freitag, Seed Day. Und dann ist schon wieder das nächste Wochenende. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.